Da spule ich ja nichts zurück. Der Mann besser nicht hat nichts, für seine Sache. Ich kann nicht glauben, dass du mit ihm hängst. Wir müssen hier als Casual Ninjas sein. Shitbulls! Okay, hier ist der Plan. Ich gehe nach dem Diner und distract Frank, von dem ich habe das Geld, aber er muss mit mir kommen. Dann komm in und rewinde, so Frank doesn't sehen mich. Dann kannst du Frank sagen, dass er seine R.V. und dann rewinde, und dann rewinde, und... 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 Chloe, ich habe das. Ich werde gleich zurück. Ich werde nicht meine Epic-Plan in den Weg von dir. Ich werde versuchen, auf den Scooby Snack, zu distracten, der Mannschaft. Ich habe noch keine Ahnung. Papa! Maxine! Papa! Papa hier! Verzeih, dass ich mich nicht eher gemeldet habe. Deine Mutter und ich... Äh, deine Mutter ist sehr stolz darauf, wie du dieses Mädchen gerettet hast. Genau wie ich. Dich nach Blackwell zu schicken, war das Beste, was du je von uns verlangt hast. Wir waren so stolz, in den Nachrichten von dir zu lesen und dein Video zu sehen, wie du da... wie du mit ihr das Dach verlässt. Wenn du zum nächsten nach Hause kommen und hier... auf eine Schule gehen möchtest, steht die Tür immer weit auf. Kuss, Papa! Danke, Papa! Es war chaotisch hier. Ich bin auch nicht so weit, nach Hause zu kommen. Bis später. Max... 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 So... Okay. Ähm... Es wird jetzt, glaube ich, kompliziert, den Schlüssel zu kriegen. Good morning! How are the fish today? Don't ask. First the snow, then an eclipse. What's next, the tornado? Mmm... Ahem... I hope not. Could be worse. We could get one of those California quakes. True. Well, I'm feeling a little dizzy now. Hope you catch the big one today. I better. Too late to switch careers now. See you around, kid. Good Lord. Bacon. I'm ready to nosh again. Oh, but I need to get those keys from Frank. Oh, Warren. Immer in dem Moment. Okay. Es ist offiziell ausverkauft. Aber... Ich hab uns Tickets organisiert. Musste dafür ein paar Typen verscheuchen. Verdammte Nerds. Ah, das ist einer. Ich geh mal grad auf Toilette. Einfach nur gucken, was hier so... Ausfall ist. Was? Was sind dann die anderen Signen? Was ist das Ding? Ich hab dich aufgerufen, Asswipe. Ich hab mich aufgerufen, Asswipe. Ähm... So, wir probieren es erstmal. Äh. Ja, es ist Lava. Es ist Lava hier mal ein bisschen. Ähm. Okay. Ähm, ich war noch nicht fertig. Was ist das? Das ist doch mal eine interessante Information. Okay. Okay. Ähm. Ähm. Ja. So ein bisschen befragen ist ja auch nicht verkehrt hier. Nathan. Da ist Nathan. Ähm. 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 Ich will noch mehr wissen. Ähm. 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 Ehm. Ähm. 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 Uhuh. Hier Elscap. Dass du nicht alles rausplabberst, ob du nie mit reden würdest. Und wieder eine Information. Was ist denn, wenn ich das bei ihm anwende? Noch eine Information. Okay, ich will noch mehr. Nein, noch. Ich kann da bestimmt noch mehr was sagen. Nein, das war nur der Blutschmur. Oh, schade. Kann ich die Information anders erweitern? Kann ich meinen Polizisten noch irgendwas erweitern? Rachel und Frank. Okay. 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 Kann man das bei ihm nochmal nutzen? Was kann ich für dich machen, Max? Äh, nein. Aber bei Frank wahrscheinlich. Okay. Hören Sie? Ja. Ja. Okay. 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 Uh, nein. Also, auch nicht wirklich, oder. Wenn ich die nehme? Okay, aber theoretisch müsste ich die jetzt haben. Oder nicht? Jetzt zurück zu Chloe. Haha. Hella, bitch. Was ist das denn? Kann ich die warnen? Nein, noch weiter zurück. Was ist das? Was ist das? That's the second time you've saved me, Max. Thanks. Don't thank me. I haven't done anything special. You've paid your dues by saving Kate's life on the roof. You really are a Blackwell hero, Max. Ahem. I'm just glad she came down. Kate's a good person. My friend. And she was almost bullied to death by a video. It's fucked up. But you're an amazing friend. I want to make sure she knows how many friends she really has from now on. Amen to that. Max, we should get a posse to see her in the hospital when they allow visitors. Let's hang later and talk some more. Okay. I just had to help. That's so, so, that's so... That's so, that's so... That's so funny. Hello, Chloe. I should have known. The amazing Spider-Max. I couldn't have done it without Frank. Now let's get in and out. You'll need this, Max. Um... On your mark, get set. Throw! Uh, in. Get the treat, treat, boy! I think we just made that dog our bitch. Get it? Now I can snoop in peace. But let's not waste time. The dog is busy now, but he might come back. Then let's look at it. Okay. Okay, that's right, Rika. You're not a creepy drug dealer. Frank has issues, but he's not creepy. At least I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast of Big Sur and beyond? Yes, we'd be tearing up the highway. And you'd probably want me to kiss you again. Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. I know. Just daydreaming. Yeah, then let's look at it. I'll go first to the back. You scope the area while I hack his computer for info. That's almost cute to see Frank posing with his dog. Frank is almost a maid for TV hoarder. This place is nasty. I could pry this vent open with the right tool. Uh-huh. No more secrets. Ooh, Frank's stash. Franks for milk is not necessary. We don't need the right clothes. Okay, this vent is loose. I need something to pry open. That's a pretty extreme light. Are these for Frank or is he selling them? Oder beide? Oder beide? baggies recycelt dude actually it is good to know that Frank has a knife this is almost as good as a set of keys the archetypal filthy are dishes okay a dreckiges geschehe wie es im roten stammt pompadou for reals that's a poodle's name pompadou i think the dog he likes his bone more can't quite picture frank and chloe drinking beer and hanging out oben der schrank no price here how can somebody live like this dann lass uns doch mal probieren i can not believe curses nothing here oh shit the knife is broken you didn't tell me you took photos of frank in action i'm seriously my blade will open any portal aha da liegt wo was oh man rachel and franks dog i don't know if i should be touched or disturbed lesen frankie b hoffe du niest das morgens als erstes tut mir leid wegen letzter nacht ich war ein fieses biest und hab's an dir ausgelassen und am armen pompadou pompadou ja in meinem leben passiert eine menge merkwürdiger scheiß und manchmal habe ich den eindruck ich komme nie aus Acadia Bay raus ich danke gott für dich du bist eines der besten dinger die ich hier habe und der gedanke an uns zusammen bringt mich zum lächeln lass uns einfach Richtung Horizont fahren liebe dich auf ewig rachel ember rachel got to drive this beast she looks genuinely happy rachel really did hang out with frank i'm learning more about rachel than i want to know ähm ok hmm trouble in paradise frank was du getan hast war uncool und schieb's nicht auf die drogen du hast mir wirklich angst gemacht und ich dachte du kommst nie wieder runter so habe ich dich noch nie gesehen und das nächste mal wird das letzte mal gewesen sein ich bin Löwe und wir sehen nicht zurück mir liegt etwas an dir uns also müssen wir vielleicht mit der Routine brechen ok ja sehr interessant sehr interessant ich würde das da gerne wieder zumachen nicht dass das nachher noch Folgen hat ok das sollte hier glaube ich das macht mich sehr ill dass rachel pose like this for frank ich habe ihn love letters ich kann nicht believe sie war bange Frank rachel straight up lied to my face warum sie nicht sagen denn sie wusste wie du reagierst und sie war nicht so ein Freund nur eine andere Person die all über mich warum hat jeder in meinem Leben mein Vater getötet du mir auf mich für Jahre meine Mutter glommst du steppfuckern jetzt rachel betrays mich chloe rachel ist missing nobody betrayed you bullshit who hasn't fuck everybody chloe chloe oh